hallo schön dass du wieder auf meinem kanal bist ja jeder der meine videos sich anschaut der weiß ja dass ich letzte mal zu meinem geburtstag ein potter potty geschenkt bekommen habe und ich hatte ja so ein bisschen problem platz platz wohin im t4 wie mache ich ja ich habe jetzt erst mal die lösung 1 und die lösung 1 siehst du jetzt bleibt dran hallo ihr lieben ich sitze jetzt vor meiner toilette und habe die lösung für die toilette wie die toilette aussieht oder die lösung zeige ich gleich so jetzt will ich erstmal einmal außer atem ihr lieben und wie ihr seht habe ich jetzt hier unten platz gemacht und was passiert jetzt mit der toilette ja ihr lieben was soll ich sagen potter potty wird erstmal eingelagert und warum weil ich weiß dass ich dieses jahr nicht mehr viel weit also nicht mehr weit weg fahre wenn denn nur übers wochenende übers wochenende benutze ich dann den oder mein kleinwut einmal nächstes jahr im sommer mache ich mir denn gedanken über das potter potty die lösung nummer eins für den winter potter potty weg aber da toiletten problem das wochenende wie gesagt der winter kommt und da habe ich nicht vor wie länger irgendwo zu bleiben da reicht mir das wie machst du das wenn du wochenende weg fährst nur übers wochenende lass mir jetzt gerne ein like ein kommentar oder ein abo da und ja mal gucken potter potty lösung 2 werde ich dann auch irgendwann berichten dankeschön dass du auf meinem kanal was hat mich sehr gefreut unterstütze meinen kanal jetzt per paypal phondering hat mich sehr gut mich sehr gut es